110 Kossebaude ist ein Ortsteil im Westen der sächsischen Landeshauptstadt Dresden. Mit den benachbarten Ortsteilen Goles, Neuleuteritz und Niederwater bildet er die gleichnamige Ortschaft. Kossebaude liegt im Elbtal an der Bundesstraße 6 gegenüber von Radebeul am Rande der linkselbischen Tälerlage. Die Gemarkung Kossebaude liegt 9 km nordwestlich des Dresdner Stadtzentrums der inneren Altstadt auf der linken Elbseite. Der Hauptteil der Ortslage befindet sich hierbei im Elbtalkessel. Kleinere Teile ziehen sich auch bis zur Meisnerhochland genannten Löshochfläche hinauf. Am dortigen Elbhang liegt ebenfalls auf der Flur der Gemarkung Kossebaude der Ortsteil Neuleuteritz. Angrenzende Gemarkungen sind die anderen Kossebaude Ortsteile Nieder- und Obergullis im Osten und Norden und Niederwater im Nordwesten. Im Westen grenzt Kossebaude an Obergwater und im Süden an die Mopschatzer Ortsteile Brabschütz, Altleuteritz und Mopschatz. Damit liegt Kossebaude entgegen der weitverbreiteten Annahme nicht direkt am Ufer der Elbe, sondern wird von dem Strom durch Niedergulliser Fluren getrennt. Der Ortsteil Kossebaude ist Teil des Dresdner Statistischen Stadtteils Kossebaude-Mopschatz-Oberwater. Der zum Teil erhaltene historische Kossebaude-Ortskern liegt auf einer Höhe von 120 Meter ü. NN am Ausgang des Lotzebachtals und wird vom Lotzebach durchflossen. Verkehr Kossebaude liegt an der Bundesstraße 6. Der Bahnhof in Kossebaude befindet sich an der Bahnstrecke Berlin-Dresden. Bis 1990 war Kossebaude an das Streckennetz der Dresdner Straßenbahn angeschlossen. Es war die letzte Linie, die ausschließlich mit Gotha-Wagen bedient wurde. Heute verkehrt hier die Stadtbuslinie 94. Kossebaude ist auch an den Bus-Regionalverkehr angeschlossen. Bildungseinrichtungen In Kossebaude gibt es zwei Schulen. Die Schüler der Grundschule Kossebaude, die sich in einem Altbau in der Nähe des Bahnhofes befindet, kommen aus der näheren Umgebung. Dagegen befindet sich die Oberschule Kossebaude in einem Neubau aus der DDR-Zeit vom Typ Dresden Atrium. Die Schüler kommen aus Kossebauder, Mopschatzer und Gompitzer-Ortsteilen sowie aus Oberwater, dem Ortsamtsbereich Kotta, Gauernitz oder sogar Meißen. Die Aufrechterhaltung der Schülerzahlen gestaltet sich Jahr für Jahr schwierig. Geschichte Steinbeilfunde in der Nähe der hiesigen Lochmühle bezeugen die Besiedlung dieses Gebietes schon um 8000 vor Christus. In der Zeit der Völkerwanderung siedelten sich hier Slaven an. Im Jahre 1071 soll Kossebaude in der sogenannten Benno-Urkunde, benannt nach dem Meißner-Bischof Benno, als Gozerbodi das erste Mal urkundlich erwähnt worden sein, was heute allerdings angezweifelt wird. Wie Kospuden geht auch der Ortsname von Kossebaude auf das altsorbische Koso-Bodi zurück und könnte Siedlung der Leute. Die Mezzensen stechen oder Siedlung der Leute, die Amseln aufspießen, bedeuten eine Ableitung von Kosa kommt nicht in Frage. Da der Ortsname nicht mehr verständlich war, erfolgte im Laufe der Zeit seine Angleichung an ähnlich klingende Wörter des Deutschen. Darunter Kosten und Baude. Die geschützte südliche Hanglage in Kossebaude beförderte sehr schnell den Weinbau. Bereits 1269 wird die Liebecke als Weinberg benannt. 1604 gelangt das Dorf in den Besitz des württembergischen Geheimrates Dr. Eichmann, der den Weinbau in der Gegend modernisiert. 1619 fiel Kossebaude dem sächsischen Kurfürsten zu. Eine bedeutende Rolle kommt Kossebaude in den letzten Jahren des Dreißigjährigen Krieges zu. Nachdem noch 1640 schwedische Soldaten den Ort überfielen und verwüsteten, fanden 1645 in Kossebaude die ersten Friedensverhandlungen zwischen Sachsen und Schweden im Gasthof zum Schwarzen Bären statt, die im gegenüberliegenden Kötschenbruder fortgesetzt werden und dort ihren Abschluss finden. Von 1715 bis 1760 lebte der gelehrte Bauer von Kossebaude, Johann Ludewig, der sich autodidaktisch vor allem in der Mathematik und Astronomie große Kenntnisse aneignete, so dass er zum Beispiel exakt eine Sonnenfinsternis vorausberechnen konnte. Das Jahr 1891 bringt einschneidende Veränderung im Weinbau. Die aus Frankreich eingeschleppte Reblaus vernichtet einen Großteil der Weinstücke in Kossebaude. Ersatzweise werden auf den gerodeten Flächen Obstbäume angepflanzt. Deren Blütezeit bescheren dem Ort bis Mitte des 20. Jahrhunderts regelmäßig im Frühjahr Besucherströme aus Dresden und der Region zur Kossebauder. Baumblut Im Jahr 1900 wird Erna Berger im Gebäude des Kossebauder Bahnhofes geboren. Sie gelangt später als Sängerin zu Weltruhm. Anfang des 20. Jahrhunderts gründet der aus Königsberg kommende Viktor Teschendorf eine Baumschule. Die durch ihre Rosenzucht weltweite Anerkennung fand ein Enkel Viktor Teschendorfsch ist der in Kossebaude aufgewachsene Dirigent Hartmut Hanschen. Der Osterberg diente der Legende nach in alter Zeit als Treffpunkt der Germanen zur Osterzeit daher der Ursprung des Namens. Um 1890 wurde auf dem Osterberg ein weithin sichtbares neogotisches Schloss errichtet sowie eine Ausflugsgaststätte, die in den 1950er Jahren unter anderem für Betriebsferienlager genutzt wurde. Im Jahr 1913 wurde an der Herrenkuppe der Kossebauder Bismarckturm errichtet, 1927 beginnt der Bau des Pumpspeicherwerkes Niederwater, des weltweit ersten Kraftwerkes seiner Art. Das zugehörige Unterbecken liegt teilweise auf Kossebauder Flur und ist seit der Eröffnung des Werkes 1929 in einer großen Region bekannt als Stauseebad Kossebaude. Im Jahr 1970 wurde die Gemarkung Kossebaude um den als Neuleuteritz bezeichneten Nordteil der Gemarkung Leuteritz erweitert. Seither ist Neuleuteritz ein Ortsteil der Ortschaft Kossebaude. Vier Jahre später erfolgte die Eingemeindung der Nachbarorte Golis und Niederwater. Im Jahre 1994 kam auch Oberwater zur Gemeinde Kossebaude, erhielt aber dabei den Status einer Ortschaft. Am 1. Juli 1997 wurden Kossebaude als Teil der gleichnamigen Ortschaft zusammen mit Niederwater und Golis sowie die Ortschaft Oberwater nach Dresden eingegliedert. Punkt, 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 Kulturdenkmale, Einwohnerentwicklung, mit Neuleuteritz Quadrat, mit Neuleuteritz Golis und Niederwater Trivia. Der Sage, das unglückliche Schuhwerfen zu Kossebaude nach soll am 10. September 1655 im Dorf Kossebaude durch etliche Dienstleute der mittlerweile veraltete Brauch des Schuhwerfens durchgeführt worden seien. Bei dem sich eine Markbambücken mit tödlicher Folge ein Brotmesser, das sie am Busen trug, ins Herz stieß. Was ist nicht verankonstell, das sie am bei der Queladright Bogen will be München unfluss. Phifisy thylinien verankern ist zurückhaltend. Vielen Dank.